Ich freue mich am meisten darauf, als erstes mal die Leute kennenzulernen, Sonne und auf den Urlaub. Ja, okay, also das ist jetzt mein Raum, also ja, hier wohne ich. Also was für mich wichtig ist, ist auf jeden Fall mit bis nach Mallorca. Obwohl ich es länger nicht ausgepackt habe, aus zeitlichen Gründen. Sag sofort. Also ich bin aus Salzburg gekommen, weil mir Klavier oder Gitarre viel zu Mainstream ist. Hier fängt man halt direkt mit was an, was so ein bisschen mehr Schwung hat. Nein. Ja. Ich reiß mich nicht unbedingt um Sachen, wo es im Fly ist, jetzt sage ich mal. Es kackt sich in mich ab. Ja, Johannes kenne ich jetzt schon seit mehr als 13 Jahren. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt, weil er mich gebissen hat. Und ja, dadurch haben sich halt unsere Eltern kennengelernt und dann ist halt die Freundschaft dadurch entstanden. Ja, für die WG ist er bestens geeignet, weil er kann eine Führungsposition einnehmen und das alles managen, irgendeinen Plan machen zum Beispiel oder so. Mama, kommst du auch schon packen? Wie teile ich es dann auf? Soll ich den einfach hier irgendwie so, 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 so? Ja, das kannst du dir überlegen, wie du das machst. Was geht? Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Ach, das geht schon. Ich glaube, dass Johannes Heimweh nach mir, also seiner Schwester, haben wird. Und insgesamt glaube ich, dass Johannes sich gut an andere Lebenssituationen anfassen kann und das Beste einfach draus macht. Mallorca, ich komme.